Yo, was gab Leute und herzlich willkommen zurück zu Autotalk. Ja, im heutigen Video spreche ich über den Audi Q8. Ja, es gab den Q5, der war groß. Es gab den Q7, der war gigantisch. Jetzt gibt es noch einen Q8, zumindest soll es den dieses Jahr geben. Jetzt denkt man natürlich, der wird, weiß ich nicht, monströs gigantisch. Nein, das soll er nicht werden. Er soll in Konkurrenz zum BMW X6 und Mercedes GLE Coupé quasi reinstechen und dann ein bisschen den Markt anfechten. Das heißt, er wird nicht so gigantisch wie der Q7. Der hat halt quasi ja im Grunde wie auch die Konkurrenz eine gewisse sportlichere, dynamischere Linie, was ich sehr cool finde. Ich finde diese Sport-SUVs, wie ich sie nenne, sehr geil. Im Unterschied zur Konkurrenz hat der Q8 jedoch ein bisschen mehr Platz, ist ein bisschen größer. Was natürlich ein großer Vorteil ist, wie ich finde, denn so ein SUV, der muss auch ordentlich an Gepäck schleppen können. Da muss ordentlich an Gepäck auch reinpassen, weil, ja, sonst braucht man ja kein SUV. An sich, scharf sieht er aus. Das sind jetzt die Bilder vom geplanten RS. Meine Güte, sieht der gut aus. Also scharf, kantig, brachial, viele Carbon-Teile. Und ich bin richtig gehyped auf den RS. Serie sieht natürlich auch sehr gut aus, aber der RS ist aber natürlich nochmal ein bisschen knackiger. Preis ab 70.000 Euro, also das ist allerdings die normale Version, nicht die RS. Preisig, pricey auf jeden Fall. Ja, muss man halt mal gucken, ob man das Geld in der Tasche hat, um sich so ein Ding zu kaufen. Ich finde es cool, dass es jetzt ein Q8 gibt. Speziell, damit sie halt auch wirklich in diese Sparte auch reinkommt, Audi. Weil, ja, im Grunde gibt es da bis jetzt nur BMW und Mercedes. Ja, aus dem deutschen Hause. Und wenn der Audi noch mit reinsteht, glaube ich, ist ganz cool. Und Konkurrenz belegt ja wie immer das Geschäft. Und, ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr dieses geile Auto findet. Und, ja, ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und wir finden uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Ciao, ciao.